Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier in der Wüste des Saudi-Arabiens mit drei Freunden. Hier Faham, Mr. Faham. Er ist, you are breeding euromastics in the desert of Saudi-Arabia, right? Also er ist erzüchtet hier in der Wüste. Also gestern haben wir uns zufällig getroffen hier auf der Messe, wo ich war, in Saudi-Arabien und ich wusste bis dato nicht, dass überhaupt... I didn't know if somebody is breeding the euromastics here. I am the only one who has the certificate from the government to raise the euromastics. Okay, also der einzige legale euromastics-Züchter in Saudi-Arabien. Dann bin ich mit Faisal. Oh my, so many names the last few years. Faisal, er hat mich ja... You, more or less, you connect me with him. Ja, was by you. Er ist ein Terrarianer hier aus Saudi-Arabia und wir haben den Raiet. 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 Ja, ja. Er ist, you are influencer also, you are on... Ja, Raiet. Ja. Blöder Weis... Unfortunately, no English speaking. Snapchat, 10, 2, 1, Sir. Snapchat, okay. Ja, mit dem Modir von der Jamm. Also, he is... You know each other? The Vice President for the Euromastics Society. Also, er ist auch in der Euromastics-Zucht. Er ist der Stellvertreter oder der Vice President von dieser Anlage hier. Okay, so today we are here to see how you breed the Euromastics. Hopefully, we can see some. Now, it's already the winter time is coming, so they are hiding. Ja, it is... Maybe we have like 25 degrees here, huh? Almost. 25 degrees Celsius. Sonne is draußen, so hopefully we can see some. Yeah, I talked enough, sorry for talking too much, but I have to introduce you. Um, yep, let's go and... Welcome to check the place and we hold the catch too for you to picture it or film it. Okay, great. Because the other ones maybe you will not get out because of the cold weather. Okay, okay, yeah. Welcome anytime. We hope you visit us. Thanks for the nice welcome. We had some great tea here. Thank you very much. Die wollten mir voran stuhlen. You want to bring me a chair to sit on the chair? I said, no, no, I don't want a chair. It's nice. It's nice. It's so... Leider, ihr könnt hier die Atmosphäre, könnt ihr hier nicht aufnehmen. I said, the atmosphere is so nice. The wind, the nice chilled wind, cool, echt ganz tolle Luft. Yeah, I'm happy to be here. Let's have a look. Ich zeige euch mal ein bisschen rum. Also hier hinter dem Zaun ist der Haltungsbreeding-Bereich für die Euromastix. Hier wird das Futter angepflanzt. So you cut the screen and put it inside the fence? Yeah. If they don't have enough food. Almost they have enough food. Yeah? I don't see a lot of food there. I will show you. Ja, wie vorher schon gesagt, leider von der Jahreszeit, also leider in Anführungsstrichen, aber es, wir haben jetzt Ende November und die Tiere, die schlafen schon alle, alle oder fast alle. Also auch, als ich hier rumgefragt habe, ob man hier, ich würde ja gerne hier Schlangen suchen oder Reptilien suchen hier in Saudi-Arabien, aber im November sind die Chancen da schlecht. Ah, da hinten sehe ich einen. Ich glaube, ich sehe einen da hinten sitzen. Ja, ihr werdet es sehen. Ja, ihr werdet es sehen. Komm, komm, wir werden es dir zeigen. Komm. Ihr werdet es sehen, insha'Allah. Ja. Ah, da vorne sitzt auch einer. Ja, zum Glück sind die noch draußen. Ebe, ich habe befürchtet, ich komme hierher und sehe gar nichts. Und weg ist er. Jetzt tun wir mal in so eine Höhle reinfilmen. Ich weiß nicht, wie weit ich da komme. Da kommen wir natürlich nicht weit, die sind relativ, ich glaube, bis einen Meter tief heißt es. Können wir auch mal fragen. Und dann, um sie hier zu spüren, haben wir hier in der Fenn. Ja. Und du hältst alle Männer und Frauen zusammen. Genau. Du hast mehr Frauen als Männer? Nein, Männer sind weniger als Frauen. Ja, okay, weniger Männer als Frauen. Ja. Okay, so ein Männer ist mit vielen Frauen. Sie produziert an average 42 Ecken pro Jahr. Die Frauen, okay. 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 Ja, aber die Frauen sind 42 Ecken pro Jahr. Okay. Und wenn sie die Höhle, wie findest du die Höhle? Du sie sie? Sie 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 hier und sie sie in den Höhlen. In der Höhlen? In der Höhlen. Und über 60 Tage, dann wird es die Höhle. Wenn es die Höhle ist, gibt es keine Worte von der Mutter. Es geht alleine. Es geht alleine. Ja. So, du lässt die... Okay. Hier haben wir... Das ist ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Eine Frau. Frau. So, du lässt die... Du lässt die... Die Babys oder die Höhle, du lässt sie hier höhlen? Nein, nein. Du lässt sie hier höhlen? Du lässt sie hier in den Höhlen? Nein, nein. Nach dem Höhlen gehen sie weg von der Mutter. Ja. Wir legen sie hier in den Höhlen. Ja. Sie sehen diese Höhlen? Ja. Wir legen sie um den Höhlen. Und sie hüllen unter dem Höhlen. Ah, okay. Wir legen sie und legen sie in einen speziellen Ort. Ich zeige euch da. Für die kleine Höhlen. Ah, okay. Die kleine Höhlen hüllen unter dem Höhlen. Ja. Und dann holst du die Babys? Ja. Okay, ich verstehe. Ich lasse es gehen und du musst es sehen, wie es geht. Dieser hier... Also, er schaut jetzt für eine Höhle? Er schaut für seine eigene Höhle. Okay. Er weiß, wo es ist. Also, er schaut jetzt ab und sucht. Ich gucke, ob ich die noch fangen kann. Okay. Gut, Stefan. Noch erwischt. Ich wollte die jetzt nicht rennen lassen. Beziehungsweise, ich wollte auch mal probieren, ob ich die fangen kann. Ich habe es geschafft. Wenn sie zacken, dann ist es ein bisschen schmerzhaft. Ja. Das ist der... Hier ist es. Rot. Das ist das, was kommt, nachdem er das Gras eatet. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Okay. Es ist aus Gras. Es ist nicht viel. Ja. Also, da hat der Kot. Ja, man sieht hier überall die kleinen, die kleinen Kot-Häufchen. Zeige ich euch mal. Ihr seht dieses Powder? Aha. Das kommt erst, bevor dieses. Ah, ja. Ist jetzt Calcium. Ja, Calcium. Dieses ist wie ein Powder. Es ist gut für die Hautprobleme. Okay. 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 Wenn du es in die Haut, mit Wasser, mit Öl. Okay. Es ist sehr gut für die Haut. Okay. Also, du denkst, das ist eine Frau oder eine Frau? Ja, eine Frau. Es ist eine Frau. Ist dir sicher? Nicht sicher, aber ich denke. Ich bin sicher. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist vielleicht eine Frau. Ja. Frage an die Reptil-TV-Gemeinde. Männchen, Weibchen, was sagt ihr? Ich hätte es gesagt, relativ große Poren. Und ich würde eher Männchen tippen. Also, ich lasse es gehen. Ich lasse es gehen. Es wird keinen Platz finden. Und du sagst, es geht nur in die eigene Hälfte? Ja. Ich habe ihn jetzt gerade wieder eingefangen. Und tatsächlich ist er ja an den anderen Höhlen vorbei. Tatsächlich ist er ja an den anderen Höhlen vorbei. Männchen, Herr Reib. Also, ich habe schon gesagt, dass der Dab-Lizard, der Euromastik, du sagst, Dab-Lizard hier, oder? Du sagst, Dab. 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 Wir haben die Beine, die Beine, die Hände und alles. Aber für mich ist es nicht so viel. Es gibt zwei Räume von Fleisch. Von hier und von hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber es ist gut für den menschlichen Körper. Es gibt eine Gesundheit und Energie. Wie Kaffiar. Es ist günstig und gut für den Körper. Die nächste Mal finden wir Dabjar. Die Ecken der Dab. Und Sie essen auch? Sehr gut. Die Eier werden angegessen. Die Eier werden angegessen. Und Sie kooken es? Ja. Ich lebe auf Internet, ob es es möglich ist, dass man es roh essen kann oder nicht? Nein. Nein, nein. Okay, also auf Internet sagt man kann es auch roh essen. Man sieht, das Internet sagt vieles Nassens. Wenn es bei dir geht, wird es beginnt zu rohlen. Wie ein Crocodile. Was ist der beste Weg, um das zu vermeiden? Wenn er die Finger ätet, pute ein bisschen Wasser in seinen Mund. Ja, ja. Das wird dir gehen. Ja, ja, okay. Aber in den Tagen, die Bedouin hier, cutte die Hände, sie brachte die Hände, und sie öffnen sie. Das dauert ein Zeitpunkt und drängt. Jetzt pute Wasser, und es wird dir gehen. Ja, das ist besser für alle. Ich nehme diese Formation von einer deutschen Frau. Okay. Sie hat es in der Magazine geschrieben. Okay. Ich gebe dir eine weitere Suggestion. Du kannst es probieren. Wenn es dich bittet, blöde in die Maus. Sehr stark. Blöde. Ja, vielleicht. Nicht ein bisschen. Ja, ja. Du musst ihn blöde. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und sie auch nicht lieben. Sie sehen, der Tank hat, die Erkrankung. Ja, ja. Wie sieht es? Ja, ja. 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 Bei welch die Euromastix 糖 sjäst? Ja, bei welch die Euromastix kann man sie jägen? Bei welchem Ägden? Mit welchem Ägden? Von zwei Jahre wie ein半 bis drei Jahre. Okay. Es betrifft der Fleisch. Ja. Und es leben an drei bis drei Jahre. Und es leben etwa 300 bis 400 Jahre. Huh? Die Euromastix leben etwa 300 bis 400 Jahre. Wie die Krokodilse. Ja? Ja. Ich habe über das. Ja? Okay, ich habe nie gehört über das, okay. Du kannst es über das, ich werde ein Buch machen, in der Zukunft. Okay. Ja, 300 bis 400 Jahre. Das ist wahrscheinlich... Wir lassen ihn laufen. Ja. Run, rabbit, run, rabbit. Und weg. Okay. Aber vielleicht ist es ein falsches Loch, oder nicht? Ja, später wird er zu sein. Okay, okay. Das ist erst mal ein falsches Loch. So, vielleicht wird noch ein anderer drin sein und sie werden in Probleme bekommen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Denn es ist kalt. Okay. Es hat keine Energie, um eine Kampf zu machen. Okay. Aber er wird weg, sobald wir gehen. Ja. Und er wird zu seinem eigenen. Ja. Steve. Hallo. Ah, da ist ein anderer, der da sitzt. Ja. Steve. Während ich hier... ...schleichend bin, kann ich euch noch ein bisschen was über diese... Also hier heißen sie ja... ...Bab-Lizard. Witzigerweise, so heißen sie in West-Afrika auch. Oh, das war doch... Schade. Ähm, diese Dab-Lizards, die waren früher vor allem Nahrungsmittel hier in der Wüste. Die Beduinen haben diese Urumastix gegessen. Gerade am Schwanz hinten wäre einiges an Fleisch. Und durch das, dass das ja hauptsächlich Pflanzenfresser sind, ist das nur ein gutes, gesundes Fleisch. Das Ganze ist ja aus islamischer Sicht halal. Also man darf es auch essen. Ähm, eben dieses Halal hat natürlich einen religiösen Hintergrund. Aber oft so Sachen haben wir ja auch einen hygienischen Hintergrund. Also die Frage ist... Es geht ja auch darum, ob es risikolos ist zu essen. Also risikolos im Sinne von auch hygienisch, ne? Ja. Haha, schau. Oh, ja. Oh, ja. We even passed here. Da sitzt einer schön in der Sonne. Now the sun is getting hot, huh? Ja. That's why you see the color getting yellow a little bit. Ah, it get lighter than the color. Ja. Aha, aha. So you think in the... If we go outside here in the desert, like today, still they are... You can find outside or... A little bit. Aha. Not the same before. Before it was a lot. You mean before, you mean some years ago or you mean in the summertime? No, no, no. Some years ago. Because people hunted and eat it. Okay. Now it's very short. Ah, it gets also less. One of our hidden here, we take small ones and put it back in the jungle. Okay. To let it... To get more, okay. Yeah. You see where they hatch from? Ah, yes. Okay. This is the holes from the babies coming out, yeah? The small ones they hatch from. They hatch from. Mr. Stephen, there is about 4,000 babies. Small Euromastics. Still inside here, yeah? Inside here. You see, there is one. Ah, yes. Zoom it. Yeah, yeah, yeah. Ah, where did he catch? He found it under the wood. Ah, here. Okay, still. Small one. Oh, beautiful. This is a gift for you, and for everybody, like Euromastics from Germany. Yeah. If you want to take it with you, or will you keep it here with your name? Yes, that's an idea. I cannot take it with me. Stephen, gift. Yeah. You see, it wants to run. Ah-ha. Oh, beautiful, really. Ah, yeah, yeah. So maybe the big ones, if they go in the holes, where the big ones are, they are afraid. The big ones eat them or not? Not eat the small ones. Yes. No, they don't eat. No? So much people, they said the big ones eat the small ones when they hatch. Yes. I never seen it like this. Okay. I have a camera, I look for this thing. Ah-ha. It doesn't. But, during food, the big males don't like the small Euromastics. Okay. They try to bother them to get away. Okay, okay. Nice. Not eating. Yes. Okay. Now, Mr. Stephen releasing some babies of Euromastics in the area for the small ones. Thank you, Mr. Stephen. Thank you. So close to the small ones to find some babies. Die Euromastik, die Babys, die brauchen nicht die Schäden, also nicht im Sommer? Wir haben sie dieses Jahr gefunden, aber der Wind hat sich aufgelöst. Sie sehen diese Schäden? Es war alles aufgelöst. Um ihnen ein bisschen Schäden zu geben? Die Schäden ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, um sie zu retten, von den Schäden zu retten. Und was ist das Schäden? Auch im Sommer 50 Grad? Er mag das Licht des Sonnen. Er geht unter dem Sonnen bis es heiß wird, weil sein Blut ist sehr kalt. Und wenn es zu kalt wird, dann gehen sie in den Boden? Ja, wenn es zu kalt wird. Okay, dann stecken sie aufgelöst? Ja, korrekt. Dieser Mann bleibt hier, wenn er sieht, dass die Bärchen kommen. Ah, der Schäden sitzt hier. Ja, er legt sie mit den Schäden und versucht, sie zu retten, wie wir können. Okay, und du sagst mir vorhin, in der Winterzeit, wenn es kalt wird, all die Gräser und die Gräser werden. Okay, also das Rest, die wir hier sehen, sind vom letzten Winter, das Gräser und das Gräser. Ja. Aber es regnet jedes Winter, wenn der Gräser kommt, oder? Depends auf dem Willen des Gottes. Okay. Wir hoffen so. So in einem Winter, es passiert keine Gräser? Ja, wenn nicht, dann können wir sie von außen. Okay, okay. Okay. Ja. Und dann, in der Winter, alles ist grün, und dann die Euromastik, die kommen aus der Hibernation. Wenn sie rauskommen, sind sie kleiner, sie sind miserabel. Du kannst sie nicht essen. Du kannst es nicht essen. Ja. Wenn es 40 Tage dauert, wird es volles Körper. Okay, fett. Okay, nice. Und er mag sein Haus unter den Bäumen, wie du siehst. Ah, okay. Er mag es. Okay, okay, ja. Eine Frage, die ich vergessen habe. Wie groß sind die Euromastiks? Was ist die größte, die du schon gesehen hast, oder welcher Größe? Vorher war es vielleicht 1 Meter oder so, weil es länger dauert. Ja. Okay. Dann, die Leute essen und sie schütten zu viel. Okay. Vielleicht fünf Jahre, sieben Jahre, so etwas wie das. Über 80 oder 60 cm. Okay. Aber du denkst, 1 Meter ist möglich? Ja. Wenn es sehr alt ist. Okay, okay, nice. Das ist ein kleiner Euromastiks. Wir stellen es hier für die Filme oder die Verkaufung. Okay. 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 Okay.